Kabinengeflüster, der Handball-Podcast aus dem Medienhaus, mein ich, präsentiert von Green Monkey. So, Folge 27 von Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Heute die Malle-Spezial-Folge, kann man sie schon fast nennen. Ja, denn für uns, also für mich und meinen heutigen Gast, geht's gleich auf die Insel. Wie groß ist die Vorfreude bei meinem heutigen Gast? Ich stelle dich kurz vor, Luca Braun, mein Kompano von der HSG Hanau. Hi Luca. Hi Can, freut mich hier sein zu dürfen. Nach 30 Wochen jetzt ungefähr, hat's endlich geklappt. Ich hätte am Anfang, als ich das Projekt gestartet habe, mit dem Podcast niemals gedacht, dass du mal vor mir am Mikro sitzt, weil in der Handballwelt bist du ja schon eher als ruhigerer Zeitgenosse bekannt. Ja, das höre ich öfters, aber ich glaube, jeder, der mich besser kennt, weiß, dass ich eigentlich gar nicht so ruhig bin. Ja, das stimmt tatsächlich. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt, es passt halt auch einfach gut, weil für uns geht's eben in wenigen Stunden nach Mallorca. Und du hast heute Geburtstag, alles Gute zum 24. Geburtstag nochmal, Luca. Dankeschön, dankeschön. Und ja, ich glaube, wir zwei, wir haben uns noch nie so sachlich unterhalten wie jetzt gerade. Ich glaube auch nicht. Ich denke, das wird sich aber im Laufe der Podcast-Folge auch noch legen. Genau. Aber ich glaube, das ist Premiere. Das ist das erste Mal, dass jemand hier Geburtstag hat. Gut, aber wie groß ist die Vorfreude auf Mallorca? Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich freue mich wirklich schon. Heute Morgen lag ich um sieben wach im Bett, wie so ein kleines Kind, was sich gefreut hat. Ja, ich aber tatsächlich auch. Also normalerweise schlafe ich immer wie ein Baby, aber heute war ich um sieben und dreißig, glaube ich, wach und habe mir gedacht, oh ne, das kann ja jetzt nicht sein. Wie früher, wenn du am nächsten Tag Geburtstag hast. Genau, ja. So fühlt sich das irgendwie an. Gut, ja, eigentlich lasse ich die Gäste sich immer selbst vorstellen, aber ich glaube, ich kann dich schon fast genauso gut vorstellen, wie du dich selbst. Ich glaube auch. Du kommst aus Dieburg mittlerweile oder momentan wohnst du in Goldbach, spielst bei der HSG Hanau, hast aber angefangen in Dieburg über Bürgel, Bachgau zu den Rhein-Neckar-Löwen und jetzt in Hanau. Genau. Ja, gut, was gibt es gerade aktuelles? Die U21-WM in Deutschland. Ich habe leider kein Spiel geguckt. Hast du was geguckt? Ich habe nur die Ergebnisse gesehen und die waren sehr deutlich. Die waren eindeutig. Sind ja auch ein alter Kollege von uns mit dabei, oder? Nur David Späth. David Späth, ja. Sonst niemand? Robert Timmermeister nicht? Ich weiß gar nicht, ob er dabei ist. Ich habe es nicht mitbekommen, aber David zumindest, also ich glaube, die ersten Spiele haben eindeutig dafür gesprochen, die sind schon Favorit auf dem Sieg, würde ich für mich so behaupten. Ja, gegen Libyen, ich glaube, mit 21 Toren gewonnen und jetzt gegen Tunesien mit 15. Spricht für sich. Spricht für sich. Jetzt haben sie noch Algerien, aber die Hauptrunde ist, glaube ich, schon sicher. Ja, mal gucken, was da noch kommt, aber das ist ja, also ich glaube, fast alle spielen die erste und zweite Liga. So gut wie, ja. Ja, das war, glaube ich, früher bei den U21-Auswahlen eigentlich, ab und zu war mal jemand dabei, der schon den ersten und zweiten Liga gespielt hat. Ja, der Großteil hat dann in der dritten Liga irgendwo gespielt. Ja, dritten Liga war schon immer eigentlich, ja. Genau, was sonst? Magdeburg gewinnt die Champions League. Ja, ich habe dann nur das Finale gesehen. Ja, ich auch. Aber ich musste so ein bisschen an dich denken, weil der Christianson hat sich die Schulter ausgekugelt. Du hattest dir in diesem Jahr mal den Finger ausgekugelt. Ja. Und hast wie lange pausiert? Also, laut Krankenhaus sollte ich vier Wochen Pause machen. Das war dann natürlich ein bisschen kürzer. Ja, du hast drei Wochen gemacht, oder? Drei Wochen. Zwei Wochen komplett und dann langsam wieder eingestiegen. Ja, ja, ja. Und der Typ kugelt sich die Schulter aus und spielt am nächsten Tag noch ein Finale und macht sechs Tore. Und wird MVP. Und wird MVP. Aber völlig zu Recht auch. Ja, der ist brutal. Ja. Der ist echt geisteskrank, der Typ. Also, das ist schon krass. Vor allem, als sich Magnus schon verletzt hat, habe ich eigentlich gedacht, okay, da geht es jetzt zugrunde in Magdeburg. Und dann taucht halt Kai Smith auf und macht jedes Spiel 14 Tore. Also, das ist schon krass. Das ist echt, das ist echt krass, ja. Gut. Und sonst habe ich mir heute ein bisschen was anderes überlegt für diese Podcast-Folge. Ich habe heute mal eine Insta-Story gemacht und habe ein bisschen nach Fragen gefragt. Und da kam, also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Fragen kommen. Du hast jetzt noch gar nichts mitbekommen. Aber vorher wollte ich dir noch was erzählen. Genau. Ich kann den Zuhörern eigentlich mal sagen, wie wir uns kennengelernt haben. So richtig war es ja auf dem Quirinius Cup in Neuss im Jahr 2010. Sonst immer nur als Gegenspieler. Genau. Davor haben wir zwei, drei Mal gegeneinander gespielt. Du auf halb rechts, ich auf Rückraum links. Und da warst du als Gastspieler bei uns mit dabei in Neuss. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, gegen wen wir da im Halbfinale rausgeflogen sind. Und du hast es rausgefunden? Ich habe recherchiert, ja. Ich kann mal hier so eine kleine Zeile vorlesen. Nach Siegen in der Vorrunde gegen die Bergischen Panther, gegen den TSV Nord, gegen den TSV Bayer Dormagen und den Neusser HV. Junge, gegen wen wir da gewonnen haben mit Barbenhausen, oder? Schaffte man souverän den Einzug ins Viertelfinale? Da haben wir dann auch gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Ich glaube, es war Düsseldorf. Und dann sind wir rausgeflogen gegen den HTV Sundigwestig. Sundigwestig. Ich wusste irgendwas mit S. Sulzbach so ein bisschen im Kopf, aber... Kannst du dich an diese kleinen Typen nennen? Ich kann mich sehr gut erinnern an die, wo nach jedem Tor wirklich sich abgerollt haben, an der Bank vorbeigerannt sind. Was war das? D-Jugend? E-Jugend. E-Jugend, okay. Und da jeden abgeklatscht haben, Mundschutz alle. In der E-Jugend, wirklich. Ich habe leider vergessen, jetzt mal zu gucken, ob da irgendwer dabei war, der jetzt vielleicht irgendwie höherklassig spielt. Stimmt, ja. Aber wie gesagt, die haben sich abgerollt rückwärts, hatten Haarbänder an, Mundschutz. Ja. Und nach jedem Tor an der Bank vorbei. Egal, rechts außen mit dem Tor, musst du auf die andere Seite rennen. Das war schon krass, echt. Genau. Und die gute alte Telepizza. Ja, die werde ich nie vergessen. In Neuss, genau. Also wir waren mit der Eskirot-Weiß-Barbenhausen, war das damals so. Es gab eine kleine Tradition. Du bist eigentlich jedes Jahr zum Quirinius Cup nach Neuss gefahren am Ende der Saison. Und da gab es dann am ersten Abend, gab es dann immer eine gute Pizza, die eigentlich gar nicht so gut ist. Also die schmeckt wirklich eigentlich scheußlich. Und da läuft das Fett nur so runter. Das ist die Telepizza, aber das ist Tradition, die wird da gegessen. Aber kannst du dich noch an die Pizza erinnern? Sehr gut, ja. Ich weiß noch, dieser Tour mit den 20 Pizzen, die ganz unten schon das ganze Fett runtergelaufen und den anderen Pizzen, das war wirklich... Aber geschmeckt hat es in dem Moment. In dem Moment, ja. Gut, am nächsten Tag auf dem Klo, zwischen den Spielen, hat es mal kurz... Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wir dieses Jahr in Vierenheim auf dem Turnier waren. Und da bist du dann mitten im Spiel mal kurz aus dem Klo gegangen. Das hatte aber einen anderen Grund. Ja, gut. Da kam es nicht unten raus, da kam es oben raus. Und weil wir am Vorabend vielleicht einen zu viel getroffen haben. Ja, Grüße gehen raus an Schabernack. Toller Club wirklich. Ja, super. Das war wirklich klasse. Vielleicht ein bisschen zu lang unterwegs samstags. Ja, ja. Das stimmt. Aber genau, jetzt haben wir genug gequarkt. Ich möchte jetzt einfach mal mit den Fragen anfangen, die wir da auf Instagram bekommen haben. Ich bin ganz so. Und, boah, da muss ich mir jetzt irgendwas aussuchen. Was fangen wir hier an? Genau, okay. Wer war der trainingsfleißigste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Puh, trainingsfleißigste. Wahrscheinlich aus der Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, da würde ich, glaube ich, Jannis Schneibel. Der ist mir nämlich auch in den Kopf gekommen. Er hat ja damals schon gesagt, er will unbedingt mal Trainer werden. Und hat sich auch dann immer Notizen gemacht für die Übungen und so. Das hat ja allein schon gezeigt, mit wie viel Engagement er dabei ist. Und auch sonst im Training, da war ja wirklich immer full Fokus bei ihm. Da gab es keine Ausreden. Der war auch schon sehr motiviert. Manchmal vielleicht ein bisschen zu übermotiviert. Da gab es dann kleine Streitigkeiten mit anderen Hitzköpfen. Das ist aber, glaube ich, normal. Aber der Jannis, der ist, als die Frage gestellt worden ist vorhin, habe ich auch an Jannis denken müssen, ehrlich gesagt. Ich habe ja gar nicht so lange mit ihm zusammengespielt. War ja nur eineinhalb Jahre dann. Aber er ist jetzt aufgestiegen beim THSV Eisenach in die 1. Liga. Glückwünsche hinaus. Ja, aber auch eine große Rolle gespielt. Also ich glaube, vor seiner Verletzung auch Stamm auf Rückraummitte gewesen. Finn Hangstein auf Rückraum links. Schon gar nicht so schlecht, ja. Und ich weiß nicht, ob du den in deiner Top 7 auf Rückraummitte nennen wirst. Wobei, nee, ich glaube, da gibt es noch jemanden, mit dem du bestandst so ein bisschen enger in Kontakt. Aber Jannis, alter, auf Mitte, der hat schon dich auf Rückraumrechts und Rückraumlinks. Der hat wirklich sehr gut für die Mitspieler gespielt. Das war schon stark. Und auch selber, aber trotzdem noch. Ja, einige Tore gemacht. Stimmt. Ja, wenn du mich fragst, Jannis Schneibel, ja. Gut, aber wenn ich jetzt noch jemanden nennen müsste, trainingsfleißig. Würde ich noch Leon Bolius. Leon Bolius, stimmt. War auch noch gut bei den Rhein-Neckar-Löwen. Beim TVG vielleicht, weil wir hier beim Mein-Echo sind. Marco Matjasevic. Das war ein, ich weiß gar nicht woher, Slowener. Gegen den hast du auch noch gespielt. Ja, ich kenne den Buckler auf jeden Fall. Also Rückraummitte. Ein Athlet, geisteskrank. Wir waren im Clever Fit. Haben Krafttraining gemacht. Und da hat der Gewichte durch dieses Studio geworfen. Irgendwie Kniebeugen gemacht mit 120 Kilo. Und danach hast du den, der wirft dann die Hantel vom Rücken runter und macht dann nur so Skippings durch das ganze Clever Fit durch. Und da habe ich gefragt, Marco, was machst du da? Und dann sagt er, aktivieren, aktivieren, aktive Pause. Aktivieren. Ja, also es war, es gibt schon teilweise natürlich verrückte Typen, die sehr trainingsfleißig sind. Aber ich meine, wir beide sind nicht wirklich die trainingsfleißigsten. Ne. Wissen wir beide. Müssen wir einfach mal ehrlich sein. Müssen wir so ehrlich sein. Ja. Es gibt natürlich auch Spieler, die jetzt, unser guter Freund Philipp Auanso zum Beispiel, also der ist mittlerweile ganz oben angekommen, Rhein-Neckar-Löwen, Nationalmannschaft. Und ich erinnere mich, da gab es ein Video, was unser Trainer damals in die WhatsApp-Gruppe geschickt hat, weil der Philipp zu wenig Burpees gemacht hat und es gab eine Kamera in der Halle. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und unser Trainer, der Michel, schickt ein Video in die WhatsApp-Gruppe. Ja, Philipp, das waren zu wenig Burpees. Ja, ich erinnere mich auch. Das ist echt. Sein verziehen. Sein verziehen. Ich glaube, er war nicht der Einzige, der zu wenig gemacht hat, auf jeden Fall. Denke ich auch. Aber das ist mir beim Michel Abt immer ein bisschen aufgefallen. Die Spieler, wo du gesagt hast, okay, die haben so die größten Ambitionen oder das größte Talent. Da war er auch immer, mit denen war er immer am strengsten. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel mit Jannis Schneibel, der war halt Everybody's Darling irgendwie. Also jeder Trainer hat ihn geliebt, weil er halt im Training immer Gas gegeben hat. Das stimmt, ja. Gut, okay, nächste Frage. Gibt es ein Spiel, an das du dich immer erinnern wirst? Ja, das liegt ja auf der Hand. Also jeder, der es noch nicht weiß, wir sind damals mit der zweiten Mannschaft nach Kielschi geflogen und sind dort sozusagen für die erste eingesprungen für die Rhein-Neckar-Löwen, weil die zeitgleich oder einen Tag vorher in Kiel gespielt haben. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und Champions League so als zweite Mannschaft, es gab zwar ordentlich auf die Backen, 41-19, glaube ich, ging es aus. Aber das war schon so ein Spiel, das werde ich niemals vergessen. So auf Sky übertragen, mein Vater hat es aufgenommen. Also es war schon echt ein geiles Erlebnis. Ja, also mit der zweiten, weil die erste, also es gab eine Terminüberschneidung zwischen der Handball-Bundesliga und der Champions League. Genau, und keine, also weder die HBL noch die EHF wollten da aus ihrem Termin irgendwie raus. Und dann haben sich diese Spiele überschnitten, ne? Ja. Genau, das heißt, die erste hat zeitgleich in Kiel gespielt und ihr musstet dann für die erste Mannschaft zur Champions League. Ja. Genau, und, aber wie habt ihr euch, habt ihr euch auf das Spiel irgendwie, also, wie habt ihr erfahren, dass ihr da ran müsst? Also, wie kam das? Erst stand es so im Raum, also es war dann nicht sicher, so, da hieß es, ja, wir müssen vielleicht in zwei, drei Wochen nach Kielche fahren. Wir brauchen von jedem einen Ausweis. Dann war es aber noch nicht so sicher, weil immer noch halt irgendwie versucht wurde, das beides richtig zu legen oder so, zu verlegen, ein Spiel. Aber es hat halt nicht geklappt und dann, zwei Wochen vorher hieß es, ja, Jungs, in zwei Wochen fliegen wir nach Kielche. Freitags schlafen da eine Nacht, spielen, schlafen eine Nacht noch dort. Ja, und am nächsten Tag geht es zurück. Okay, und, und habt, aber der Michel war ja damals schon Trainer, ne? Ja, genau. Für die Leute, die ihn nicht kennen, Michel ab, der war jetzt bis vor kurzem noch Trainer bei den Eulen Ludwigshafen. Ist da jetzt aber, glaube ich, zurückgetreten oder so, ne, wegen, irgendwie wegen der Schule. Handballpause. Ja, Handballpause. Ne, aber habt ihr euch dann, habt ihr da auch so ganz normal ein Video geguckt? Ne, also, ich habe auch gerade überlegt schon, aber ich glaube, wir haben kein Video geschaut. Ihr seid, ja, wir sind einfach hingefahren. Ihr seid da einfach hin und habt euch gedacht, ey, wir können eh nichts, eh nichts verlieren. Und in der Halle wussten die gegnerischen Fans so, dass ihr die Zweite seid, oder? Die wussten das und das haben sie uns auch spüren lassen, dass sie das wissen. Also, die haben uns ausgefiffen, die haben uns beleidigt auf Polnisch, als wir da eingelaufen sind. Also, die haben deswegen, weißt du, die haben sich eine Karte geholt, dachten so, gegen Rhein-Neckar-Löwen, geil. Ja. Und dann kommt auf einmal die zweite Mannschaft und so, die haben sich halt verarscht gefühlt, keine Ahnung. Und, ja, das haben sie uns auf jeden Fall spüren lassen. Hast du nicht erzählt, dass der Jurecki irgendwas zu dir gesagt hat? Ja, erster Angriff, Jurecki kommt da mit dem Überzieher, ist so, eigentlich ganz gut verteidigt und auf einmal drehe ich mich um und sehe, dass der Ball halt im Winkel eingeschlagen ist, obwohl ich an ihm dranhänge mit allem, was ich hatte. Und dann dreht er sich um, läuft zurück und sagt, willkommen in die Champions League. Willkommen in die Champions League. Ja, da wusste ich, okay, dann geht's rund, ja. Junge, so geil. Aber Halle war, glaube ich, ich meine, ich war irgendwie im Bus, wir sind zum Auswärtsspiel gefahren, konnte nur die erste Halbzeit sehen. Alter, aber was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Wie viele Leute passen an die Halle? Keine Ahnung, 8000 oder so? Und du spielst dann auf einmal gegen so Slavomir Schmal, Jurecki, Duszybaev. Duszybaev, ja, ich durfte auf halb links verteidigen dann ab der zehnten Minute oder so. Gegen, ich meine, der hat jetzt im Final Four noch alles gemacht da bei Kielze. Daran gespielt, ja. Krank, einfach nur, Junge, was ein Auftritt. Ja, aber deswegen hat die Handball-Bundesliga nur noch zwei Champions League-Plätze, weil als Strafe, dass die zweite Mannschaft geschickt wurde, wurde dann ein Platz entzogen. Krass, richtig verrückt, hat einfach noch Nachwirkungen bis jetzt. Ja gut, ich habe natürlich nicht so ein verrücktes Spiel, was ich da vorweisen kann. Ich habe eigentlich mehrere. Klar, das letzte Spiel beim TVG gegen Bietekheim. So, das war, also hier hängt der Zeitungsartikel an der Wand. Ja, ich weiß. Also, es ist, das Spiel, das war so das beste Spiel meiner Karriere, so von der Leistung her. Und sonst habe ich eigentlich viele, klar, erstes Bundesliga-Spiel, dann war ich in der Champions League auch mal dabei. Sieben Meter vom Hans. Sieben Meter vom Hans Lindberg gehalten in Berlin, genau. Genau, in Flensburg war auch verrückt, da einfach nur dabei zu sein. Da saßen wir auf der, da saß ich auf der Bank und neben mir sind Palika und Apelgrin war ein Tor. Und wir machen ein Tor, Palika steht auf zum Jubeln und hinten dran ein Fan, der sagt, setz dich hin, setz dich hin zum Palika. Palika dreht sich, Palika dreht sich um. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Kannst du sehr gut vorstellen. Der Typ war eh immer so mürrisch, ne, also auch wenn du als junger Spieler da irgendwie... Ja, da war immer sehr, er wirkte sehr streng und da muss man immer aufpassen. Das war so ein älterer Herr, ne, der gesagt hat, setz dich hin, setz dich hin, halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ja, also war wirklich... Und ich seh's da so daneben, ich denk mir so, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay, ähm, gut, machen wir weiter. Äh, Trainingsfleisch kamen wir durch. Äh, Hast du Rituale vorne im Spiel? Also ich muss am Spieltag auf jeden Fall duschen vorher. Das ist eigentlich so, seitdem ich, ich weiß nicht, bestimmt jetzt schon zehn Jahre oder so, dass ich vorm Spiel immer duschen gehe. Und eigentlich esse ich auch immer das Gleiche so. Also ich frühstück halt ganz normal, bisschen Rührei, Brötchen, Brot, irgendwas, mittags dann Nudeln. Aber sonst versuche ich einfach dann vorm Spiel halt Fokus zu fassen und dann... Ja, mehr nicht. Ich, ja gut, ich hab gut Ritual. Ich bin jede Woche beim Friseur, ne? Jeden Freitag, jeden Freitag zum Friseur, damit du fürs Spiel gut aussiehst. Aber sonst hab ich vorm Spiel, gut, ich frühstücke eigentlich, ähm, wenn's, wenn's, äh, möglich ist, halt mit meinen Eltern zusammen. Aber sonst, wenn ich so überlege, eigentlich, eigentlich nicht. Ich kaufe, ah doch, ich kaufe Kaugummi eigentlich beim Aufwärmen, aber mehr, mehr war's eigentlich auch nicht. Ja, okay. Äh, mir wurde die Frage gestellt, die Leute wussten ja gar nicht, dass du mein Gast bist, aber trotzdem ist hier die Frage, wie war das Internat bei den Rhein-Neckar-Löwen? Obwohl ich ja gar nicht, äh, auf dem Internat war. Du warst aber auf dem Internat. Ich war auf dem Internat, ja. Hattest du, also, wie war das, ich hab's ja auch ein bisschen mitbekommen, ihr hattet da eine Internatsmama, ne? Ja, die Waldraut. Die gute Waldraut, die hat für euch gekocht. Gab's aber irgendwie irgendwelche Regeln, irgendwelche dummen Regeln jetzt, die du mal erwähnen könntest? Tatsächlich einige Regeln. Ja. Also unter der Woche mussten wir um 22 Uhr spätestens zu Hause sein. Mhm. Und am Wochenende war's dann 12 Uhr, außer man hat halt gesagt, man schläft beim Freund oder bei einer Freundin, keine Ahnung. Mhm. Und sonst halt Nachhilfe unter der Woche, nach der Schule, kam's heim, hat's eine Stunde Zeit oder so, Mittagessen kurz ins Bett gelegt, Powernap gemacht, dann halt Nachhilfe. Jeder, egal wie gut du in der Schule bist? Es wurde dann ein Auge zugedrückt bei denen, also die Nachhilfelehrer wussten natürlich auch, ja, der braucht das eigentlich nicht, so, der kann das auch selber machen und so und, ja, wir waren halt so viert in der Klasse am Anfang, haben uns da auch relativ gut verstanden alle. Aber vier Leute aus dem Internat in einer Klasse? Einer noch, drei Leute aus dem Internat, genau. Einer, der daheim gewohnt hat, aber bei uns gespielt hat. Mhm. Nachhilfe immer und, ja, gegen Ende wurde's dann auch, haben sie gemerkt, okay, wenn die sich zu viel zusammensetzen, irgendwie eine Klausur steht an, dann haben sie's auch gemerkt, dass wir das auch selber hinkriegen und so. Aber eigentlich war's immer verpflichtend, halt mittags 14 bis 15 Uhr was, glaube ich, in die Nachhilfe zu gehen. Okay. Ja, und sonst, ja. Irgendwie, dass das Internet abgestellt worden ist irgendwann, nee, oder? Ja, das war am Anfang nicht so, aber das wurde dann irgendwie als Bestrafung mal, glaube ich, da war dann um zwölf eine Zeit lang das WLAN. Alter. Das WLAN aus, ja, da kommen wir später in der, ähm, Top 7 natürlich auch noch drauf zurück. Weil da haben wir eine Lösung gefunden, wie wir das umgehen mit dem WLAN, weil wir natürlich nicht immer um zwölf geschlafen haben, ein bisschen Serie schauen wollten oder sonst was. Ja, geil, ey. Äh, aber, oh, warte mal, gab's, lass mich mal kurz überlegen. Ihr wart hier nicht mit den Hoffenheimern auf einer Schule? Ja. Mit den Fußballern? Genau, die Hoffenheimern, also es war eigentlich so aus dem Umkreis Sinsheim war die Schule. Und da halt aus dem Umkreis. Ich hab grad überlegt, ob es die Karlsruhe oder die Hoffenheimer waren, aber waren die Hoffenheimer, ne? Ja, wir hatten auch welche von Karlsruhe, aber es gab auch den, das war ja auf einer ganz normalen Schule, das war einfach nur der Schulzweig, wo halt für Sportler aus dem Umkreis, die halt ein bisschen mehr Zeit für ihren Sport investieren, war da halt dieser Schulzweig. Und da waren halt Eishockey-Spieler, Seilbronn hatten wir einen, einen von Adlern, Golfspieler aus St. Leonroth. Fußballer. Ja, Fußballer, Handballer. Krass. Ja, Kickboxer hatten wir auch. Krass, 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 krass. Ja, und war das aber schon immer so, weil als ich ja dann, also du warst ja vorher da, ich bin ja danach gekommen, wir haben ja dann für die Zuhörer, wir haben ja sogar zusammen gewohnt dort, ne, wir zwei. Aber als ich kam, war es so, die Jungs sind aus der Schule gekommen, hatten Krafttraining, ne, und dann heim, Nachhilfe und abends dann nochmal Training. Ja, genau, das mit dem Krafttraining, es wurde halt so gemacht, dass abends dann, wenn es Mannschaftstraining ist und die von der, die anderen von der Mannschaft, dass der Kraftraum halt nicht überfüllt ist. Es war ja schon immer viel Betrieb da in der Halle. Genau. Ja, die Internatler haben die Einheit dann sozusagen. Genau, die Krafteinheit vorgeschoben bekommen. Genau, konnten dann aber später dann, später zum Heimtraining. Genau, konnten dann später zum Mannschaftstraining kommen. Aber auch gern gesehen, wenn man trotzdem schon da war. Ja, 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 das war dann echt, ja. Vor allem, wir haben ja in der WG gewohnt dann und die WG war ja dann wirklich um die Ecke von der Halle. Ja. Und teilweise war es dann so, dass ich dann vom Olli Roggisch, dann das Training von den Profis war irgendwie um 10 oder 11 Uhr. Und du hast das, glaube ich, auch manchmal mitbekommen, der hat mich ja dann teilweise so eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn angerufen. Ah ja, ey, beim Appelgren oder beim Palika zwickt es irgendwie, komm mal bitte in die Halle und trainiere. Und ich denke mir so, Alter, eine halbe Stunde vor Training, ich noch gepennt irgendwie, weil ich dachte, ich kann ausschlafen. Und dann komme ich da so mit Augenringen bis zum Boden in die Halle bei den Profis. Ey, die haben sich dann auch gedacht, oh Gott, was ist mit dem los? Ja, das war manchmal sehr spontan, das stimmt. Ja, ja, ist echt so, ey. Und irgendwann war es dann auch mal so, da hat er mich dann 10 Minuten vor Trainingsbeginn mal angerufen, ne? Und jetzt kann ich es ja sagen, 5 Jahre später, da habe ich es auch mal klingeln lassen. Da habe ich es auch mal klingeln lassen beim Onirurgisch. Gut, okay. Was haben wir hier noch so? Was war deine schlimmste Verletzung? Schlimmste? Ich würde sagen, damals mit 15, 16, hatte ich mir immer einen Arm gebrochen, relativ Zeit. Also zweimal hintereinander, einmal rechts, einmal links. Was? In einem kurzen Zeitraum, aber sonst bin ich echt immer... Beim Handball? Nee, einmal war ich Fußballtorwart auf so einem kleinen Bolzplatz. Oh Scheiße. Und dann war der entscheidende Elfmeter am Ende. Und dann hat halt so ein 18-Jähriger, als ich 14 war, da so abgezogen, hat mir den Arm gebrochen. Der hat aufs Tor geschossen? Der Ball hat den Arm gebrochen? Der Ball hat mir den Arm gebrochen, ja. Oh, du Scheiße. Und beim anderen Mal wollte ich so ganz cool in der Eishalle mit meinen Schlittschuhen, bin so in Richtung Ausgang gefahren, wollte so bremsen und bin halt voll auf die Presse geflogen und hab den Arm gebrochen. Oh Scheiße. Vielleicht alleine mit dem Kumpel nur, dann vom Krankenwagen abgeholt worden, das war... Okay, also beide Arme waren mal durch. Ja. Aber sonst, wenn ich so überlege, du bist ja natürlich ein Spieler, der immer sehr in die Prügelgasse rennt, ne? Also viel Körperkontakt halt da. Dein Finger kugelt grad, hatten wir eben grad schon davon, aber der kugelt grad ganz gern mal aus. Ja. Aber sonst am Fuß auch immer Knie, du hast doch immer irgendwas, Schulter. Ja, ich hatte immer irgendwelche Blessuren, aber jetzt nix. Nix Krabbel angebrochen, das war... Das war eklig wahrscheinlich, ja. Da durfte ich dann wirklich auch drei Monate fast gar nichts machen. Eigentlich nur liegen, Treppen sollte ich vermeiden und alles. Das war schon blöd, dann. Das war, glaube ich, nach meinem ersten Jahr auf dem Internat. Nach der Deutschen Meisterschaft war ich dann beim Arzt und ja. Ja gut, Verletzungen bei mir, wenn ich überlege. Und eigentlich, ich hatte mal einen Haarriss im Fuß. Das war Bezirksauswahl, kannst dich da dran erinnern. Da waren wir auch zusammen in Obernburg und ich trete auf einen Ball, knick um. Im Training, ne? Im Training. Ja, morgens, Sonntagmorgen. Ja, genau, in Obernburg. Und ich heule da los und war, Alter, das hat so wehgetan. Da hatte ich halt, also ich zeige Luca grad so einen Haarriss im Knochen, Alter. Das hat übel wehgetan, aber sonst hatte ich eigentlich nur halt im Finger immer mal irgendwelche Kapselrisse, aber das ist ja ganz normal, ne, gerade im Tor. Ja, halt zwei Herzmuskelentzündungen, das ist halt keine Verletzung, ne. Aber das ist eigentlich das Einzige, warum ich irgendwie mal pausieren musste oder so. Toi, toi, toi. Ne, auf Holz klopfen. Gut, nächste Frage. Bleibt der John in Hanau? Ja, ich habe ja eh noch ein Jahr Vertrag, ne, also die kommende Saison spiele ich auf jeden Fall noch in Hanau. Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung? Die aktuelle tatsächlich nicht, ne. Ich habe ja die 13 zurzeit oder jetzt in der Aufstiegsrunde auch die 8 und die 6 mal gehabt. Aber zwar damals, ich bin nach dem 2. oder 3. Spieltag nach Hanau gewechselt, also hat die Saison schon angefangen und dann war halt nur noch die 13 frei, habe ich die genommen und jetzt auch die letzten Jahre einfach weitergehalten. Ist es dabei geblieben? Ja, ja, okay. Die 72 bei mir hat tatsächlich eine Bedeutung, äh, mein Papa ist 1972 geboren und deswegen habe ich dann die 72 einfach als Dank an ihn, so eine Widmung, ne, weil es ohne ihn, das habe ich schon oft genug erwähnt, ohne ihn wäre es einfach nicht möglich gewesen, das alles. Deswegen habe ich die 72, ja. Meine Schwester übrigens auch, also wir sind da, äh, genau. Sonst, wir haben es gleich schon durch mit den Fragen, ey, wir haben auch schon 25 Minuten rum, also gleich kommt auch schon die Top 7. Dann hat noch jemand gefragt, warum spielen so viele 6-0-Abwehr und, äh, was per Fork zogst du für eine Abwehrformation? Warum spielen so viele 6-0? Ich denke einfach, das Stabilste, also, also. Am wenigsten Risiko. Ja. Du brauchst halt auch die Spieler für eine 3-2-1-Zeichung oder für eine offensivere Abwehr. Genau, 6-0 spielst du halt einfach, weil es, ja, provoziert wahrscheinlich mehr Würfe aus der Distanz, weniger Durchbrüche, weniger Freiwürfe, ne. Der Vorteil von einer 3-2-1, sage ich mal, ist natürlich, dass du auch mal, oder 5-1 mal mehr Fehler, mehr Fehler provozieren kannst, ja, aber du kassierst natürlich auch mehr. Ja, genau, bei Hüttenberg zum Beispiel, das beste Beispiel, die, die Torhüter haben immer eine, oder was heißt immer, ist mir aufgefallen persönlich, ne, im Vergleich zu den anderen Torhütern in der Liga eine schwächere Quote, sage ich mal. Ja, das hängt aber nicht unbedingt damit zusammen, dass die Jungs, oder dass die Torhüter von Hüttenberg schwächer sind als die anderen, sondern, weil natürlich die Abwehr, die spielen nur 3-2-1, ne, und dann gibt es mehr Nahdistanzwürfe, aber auch eben mehr Ballgewinne, ne. Ja, also, bei anderen Mannschaften gibt es dann eben den Rückraumwurf mehr, oder, oder den, den Wurf aus der Distanz mehr, den halten halt die Torhüter, die Hüttenberger holen sich halt die Bälle eher selbst in der Abwehr, ne, und damit, aber was bevorzugst du für eine Abwehrformation? 6-0 auf jeden Fall. Weniger Rennen. Ich bin zu langsam für was anderes. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich bevorzuge auch 6-0, weil ich mir eben mit, mit Würfen aus dem Rückraum und auch von außen leichter tue als irgendwelche Durchbrüche oder so, ähm, unser Torhüter-Trainer hat ja eine ausführliche Statistik, ähm, ähm, geführt dieses Jahr, und das, die Quoten haben es auch bestätigt, ne, dass ich im Rückraum und von außen eben wesentlich besser bin als bei freien Würfen. Von daher ist die 6-0 schon, schon die beste Variante eigentlich. Gut, ähm, die Frage kam von Tristan, das weiß ich noch aus dem Kopf, unser, unser Super-Hooligan in Hanau, der in Anführungsstrichen niceste Wurf, den man als Spieler verwandeln kann. Boah, da kann ich jetzt nicht so... Luca, du bist natürlich kein Techniker. Ja, das stimmt, mein Handgelenk ist jetzt nicht so variabel, sag ich mal. Aber was würdest du, was würdest du sagen, irgendwie von irgendwelchen Außen oder so? Also vom Außen natürlich einen schönen Dreher oder Leger, macht natürlich Spaß, oder sieht immer gut aus, natürlich. Sieht immer gut aus. Und aus dem Rückraum würde ich sagen, einfach so ein Unterarmwurf, der oben einfährt, ist schon... Ja, ein Unterarmwurf, der hochgezogen, rumgezogen... Genau, einfach in Winkel einfährt, ist schon... Aber gut, es gibt natürlich auch genug Spieler, guck mal, die dürfen nicht harzen, irgendwie in Hessen, in der Landesliga, weißt du, da ist es überhaupt nicht möglich. Ja. Den Ball irgendwie von unten rumzuziehen oder so, keine Chance. Ja, aber das muss ich, so einen schönen Unterarmwurf aus dem Rückraum, den bevorzuge ich sogar irgendwie in einem Dreher oder so, das ist echt so. Ja, gleichzeitig hat er die Frage gestellt, der bitterste Wurf, den man als Torwart kassieren kann, da muss ich aber sagen, ein Kopfleger. Also... Oder da würde mir auch noch was einfallen, zu dieser Saison. Grüße gehen raus an Fabi Tom, von der Mittellinie, so ein Wasserbieter, das wäre natürlich auch sehr ärgerlich. Stimmt, Fabi und Tom, mein Kompano, ich aber auch, ich habe auch so einen kassiert gegen Hassloch. Stimmt, ja. Der war auch fast an der Mittellinie, wo dann einfach ein Wurf kommt und kurz vor der Sirene, vor der Halbzeit oder vor Spielende, bei Fabi war es natürlich bitter, weil es spielentscheidend war, ja. War, ja, aber gut. Also Fabi soll jetzt kein Vorwurf sein, weil du zuerst. Ja, genau, liebe Grüße an dich, Fabi, wir sehen uns ja auf Malle. Und genau, also der Wurf an der Mittellinie, oh, das tut schon weh. Oh, das tut echt weh, du hast recht. Tut mehr weh als so ein Kopfleger. Ja, vor allem, weil ich mir mittlerweile eigentlich angewöhnt habe, man kann ja Spieler irgendwann so gut einschätzen als Torwart, weißt du. Und wenn dann so ein, keine Ahnung, wie nehme ich da jetzt, Sam Hoddersen fällt mir da jetzt ein, ne, der hat mal Niederroden gespielt oder Maximilian Lux von Aue, der jetzt nach Nordhorn geht. Das sind so Spieler, die machen halt Sperenzien, weißt du. Ja, der macht es auch Spaß. Und wenn ich gegen so einen Spieler spiele, da ist von mir immer eine Hand irgendwie am Kopf oder sonst irgendwo, falls die irgendwie einen Lega machen. Da ist einfach Selbstschutz, ne, also, ja. Ja, sonst sind wir jetzt eigentlich schon fast alle, also wir haben die Trikotnummer, Abwehrformation, Internat, Verletzungen, Rituale. Alle, alle fragen durch. Ne, und so haben wir jetzt auch schon eine halbe Stunde durch und kommen schon zu Top 7. Freue ich mich sehr drauf, weil ich da wahrscheinlich einige kennen werde. Wir sind groß oder eigentlich so gut wie alle. Eigentlich alle, ja. Gut, also dann fangen wir mal an. Wen hast du im Tor? Im Tor, nochmal Grüße gehen raus, Fabi. Du hast es tatsächlich geschafft. Ne, Fabi, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Das ist ja auch schon vier Jahre, wo wir uns kennengelernt haben. Auch neben am Spielfeld immer viel Spaß gehabt. Und auch ein guter Torhüter. Tritt jetzt ein bisschen kürzer. Kann man aber verstehen mit der ganzen Fahrerei. Und ja, habe ich mich schon Fabi entschieden. Fabian, Tom war ja auch vor kurzem hier zu Gast im Podcast. Und der geht nach Saulheim jetzt in die Oberliga. Sein Torwartkollege, der da jetzt kommt, ist aber auch ein ziemlich interessanter Mann, Martin Ziemer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Martin Ziemer, der hat in Hannover 1. Liga gespielt, in Erlangen 1. Liga gespielt. Ja, dein Name sagt mir auf jeden Fall was. Ist dann zu einem Kadett in Schaffhausen, ist da jetzt Schweizer Meister geworden. Jetzt geht er nach Saulheim. Also, ich glaube, da gibt es auch. Cha-ching! Auf jeden Fall. Cash in die Tash in Saulheim. Liebe Grüße an der Stelle, falls irgendein Saulheimer diesen Podcast hört. Genau, das ist sein Torwartkollege. Ziemlich interessant. Wobei ich mit Fabi gesprochen habe. Fabi hat gesagt, der soll eher so sein Mentor werden. So Torwarttrainer gleichzeitig. Torwarttrainer und... Ja. Weil für einen Fabi würde es mich einfach mal freuen, wenn er jetzt auch einfach mal jedes Game 60 Minuten durchzockt. Ja, ja. Also, es ist nicht immer gut für ihn gelaufen oder glücklich gelaufen mit den Konstellationen. Das stimmt. Deswegen, ich würde es ihm einfach gönnen, wenn er da jetzt mal die Nummer 1 ist und zeigen kann, was er kann. Genau. Okay, wen hast du auf linksaußen? Linksaußen habe ich mich für Marius Brüggemann entschieden. Mit dem Hintergedanke, man muss ja auch immer ein gutes Team für die dritte Halbzeit aufstellen. Und da ist auf Marius auf jeden Fall verlass, aber auch auf dem Spielfeld. Also, ich kam ja 2019 nach Hanau und der Marius hat mich einfach gut aufgenommen, hat mich immer so ein bisschen an die Hand genommen. Und auch neben dem Spielfeld halt immer lustig mit ihm auf jeden Fall. Überragende Abwehrspieler. Ja. Gerade als linksaußen kann auf halb links. Linksaußen auf halb, habe ich selten gesehen, aber... Ja, also er ist einer der wenigen, der das machen kann. Und, also, wie gesagt, neben dem Feld, der kann gut einen trinken und ist einfach ein lustiger Kerl. Und ich erinnere mich, weil es für uns eben in wenigen Stunden nach Mallorca geht, erinnere ich mich an meinen ersten Mallorca-Aufenthalten, da war der Marius auch dabei. Und er war einer der gnädigsten mit mir, weil ich war der Jüngste. Ja, mit den Jüngsten, okay. Und er hat dann auch zusammen mit dem Schermo, also der Jaron Pillmann, der hat zum Beispiel zu mir gesagt, ne, du lässt das Kostüm jetzt an und schwitzt und keine Ahnung und Brügge und Schermo haben dann gesagt, ja komm, dann kannst du... Ja, Brügge war es auch letztes Jahr bei mir, wo er gesagt hat, ja, loga, zieh doch aus den Scheiß. Ja, genau. Also er ist da schon sehr gnädig gewesen. Gut, wen hast du auf Rückraum links? Auf Rückraum links habe ich den Philipp Awanzu, Nationalspieler. Oh ja. Habe ich damals im Internat in meinem zweiten Jahr kennengelernt. Er kam dann von Hanau. Wir kannten uns schon so flüchtig aus der Handballhalle, sage ich mal. Und von Anfang an haben wir uns einfach sehr gut verstanden. Ich weiß noch, unser erster Abend, Grüße gehen raus, Philipp, war sehr witzig. Und zwar, glaube ich, in Sommerferien. Ja, bei ihm hat schon die Vorbereitung gestartet und wir hatten auch frei. Aber ich war als Strafe, weil ich in der Schule ein bisschen schludern lassen habe, sage ich mal. Musste ich zwei Wochen bei der Gemeinde in Kronau ein bisschen mithelfen halt. Mülleimer lernen in Kronau, Straße kehren und sowas. Und deswegen war ich halt zu der Zeit, wo Philipp dann hergezogen ist ins Internat. Auch dort. Und da haben wir uns von Anhieb gut verstanden. Und Handballerisch, jeder, der ihn kennt, weiß ja. Ein deutscher Nationalspieler. Ein deutscher Nationalspieler. In der Runde nach Minden gewechselt, glaube ich, einen Haufen Toren geworfen. Fast die meisten, glaube ich, bei denen. Ja, und obwohl er erst irgendwie nach dem 8. oder 9. Spieltag kam. Ja, fast Spiele weniger, ja. Das ist schon echt krass. Ich weiß noch, damals, erste Drittligaspiel, letzten zehn Minuten in Baling, kommt rein. Sechs Hütten. Ja, sechs Hütten innerhalb von zehn Minuten Unentschieden haben wir gespielt, glaube ich. Und eine Woche später, das war krank. Ja, und eine Woche später war dann halt so, da wusstest du, okay, der Junge. In Fulling haben wir, glaube ich, gespielt. Oder zu Hause gegen Oppenweiler, eins von beiden. Der hat nämlich in beiden Spielen 14 Feldtore gemacht. Kann ich mich erinnern. Also völlig verrückt war das. Das war echt verrückt, als erstes Jahr jung, glaube ich, war das damals. Und ich habe in der ersten Podcast-Folge, oder zweiten, habe ich hier angekündigt, dass der deutsche Nationalmannschaft spielt. Stimmt. Und jetzt ist es soweit. Stimmt, ja. Also es war, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und ich habe mir mit Philipp geschrieben, jetzt in der Sommerpause kommt er auch mal in den Podcast. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, wir müssen natürlich noch einen Termin ausmachen, aber es ist in Planung. Sehr gut. Das wäre natürlich schon sehr cool. Und derweil mache ich mir mal kurz ein Bier auf. Es tut mir leid für den Sound. Genau, Prost, Luca. Prost. Genau, machen wir weiter auf Rückraum Mitte. Auf Rückraum Mitte habe ich einen sehr guten Freund von mir, Timo Zerbach. Habe ich auch damals auf dem Internat kennengelernt. Und wir sind zeitgleich nach Kronau gezogen und haben uns auch wirklich von Anfang an wirklich gut verstanden. Ich bin noch eine richtige Freundschaft entwickelt, sind auch noch immer in Kontakt, treffen uns öfters mal in Frankfurt, im Klub des Vertrauens. Und ja, aber auch so auf dem Spielfeld, das war wirklich, auf dem war einfach Verlass als Halbspieler. Weil du wusstest, wenn der gleich dich kreuzt, da gehst du an 8,5 Meter hoch und hast da auf jeden Fall eine Menge Platz. Wir drei haben zusammen gewohnt. Ja, genau. Wir drei haben in der WG gewohnt. Ja, also das war die WG in Kronau. Also wer es nicht weiß, die Rhein-Neckar-Löwen ist die SG Kronau-Östringen. Genau. Deswegen sprechen wir gerade von Kronau. Das ist der Ort, in dem wir gewohnt haben, in der WG zusammen. Genau. Und Timo, wie du sagst, du siehst ihn öfter mal in Frankfurt. Ja. Ich habe ihn ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hoffe, das kommt bald mal wieder zustande. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an die DHB-Sichtung. Wir zwei haben für Hessen gespielt. Er hat für Bayern. Und er hat für Bayern gespielt, weil er noch bei den TVG-Junion war. Und das Finale in der DHB-Sichtung war gegen die Bayern. Und er war ungefähr der Einzige, der da irgendwas gemacht hat. Ich weiß, er auf Halb hat mir, glaube ich, fünf, sechs Schlagwürfe um die Ohren oder uns beiden. Mir dementsprechend auch. Also mir hat er die Schlagwürfe auch um die Ohren gehauen. Ich bin ja auch bekannt dafür, dass die Arme manchmal nicht da sind, wo sie sein sollen in der Abwehr. Da gibt es ein Video, das haben wir in Bildschirmaufnahme gemacht, als wir gegen Ferndorf gespielt haben. Julius Fanger, oder? Ja, Julius Fanger und deine Arme irgendwo am Boden. Und er haut dir das Ding einfach über die Ohren. Ja, genau. Ich wusste ja, auf dich ist Verlass. Den habe ich ja fast gefangen. Ja, aber wenn du müde wirst, das ist mir immer schon aufgefallen. Ja, das kann gut sein. Da ist, aber wie gut, ich habe mich ja, wie gesagt, vor dem Spiel ein bisschen informiert und, äh, vor dem Spiel, sag ich, vor dem Podcast. Und da gab es einen Zeitungsbericht von der Offenbach Post. Oh, was war das? Gute Nerven und viel Ausdauer. Und ich denke mir so, viel Ausdauer. Dankeschön an die Offenbach Post. Passt nicht wirklich viel Ausdauer, aber gut. Zeig jetzt nicht mehr zu. Okay, wen hast du auf Rückraum rechts? Auf Rückraum rechts, es war schwierig. Ich wusste nicht, wie ich die beiden aufteile, rechts, außen und halb rechts. Aber auf Rückraum rechts steht jetzt der Benne, Benne Meiser. Hat jetzt die ganze Zeit in Großsachsen gespielt. Kam ein Jahr später als ich aufs Internat. Und auch dort ist eine sehr gute Freundschaft entstanden. Handballerisch haben wir nie viel zusammengespielt, aber haben trotzdem auch in der A-Jugend dann ein paar Spiele zusammen gemacht und auf dem Internat halt drei, vier Jahre zusammen gewohnt. Und in der Drittliga ja auch ein bisschen zusammengespielt. Stimmt, da war er auch ab und zu dabei dann. Er ist ja ein Jahr jünger. Und ja, er muss jetzt leider die Handballkarriere an den Nagel hängen. Hört da echt auf. Ja, fängt jetzt an zu kicken. Ist auch schön. Ist auch gut, ja. Aber ist schon, weil du es gerade erwähnst, dass da auch wieder so eine schöne Freundschaft entstanden ist. Das ist nochmal was anderes, wenn man mit den Leuten zusammen wohnt. Ja, wechselst es jeden Tag. Das gibt so eine andere, keine Ahnung, eine andere Bindung in dieser Mannschaft ungefähr. Das ist mir so krass aufgefallen, als ich dann eben dazugekommen bin. Ich habe zwar nicht im Internat gewohnt, aber in der WG, das war ja ähnlich dann. Und ich war ja auch viel im Internat. Habe ja auch immer dort gegessen und so. Und ja, dieses Mannschaftsgefüge und die Stimmung in der Mannschaft ist eine ganz andere, weil irgendwie man lebt jahrelang miteinander zusammen. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich verrückt. Und da werden Siege natürlich auch dementsprechend anders gefeiert. Und ja, das gibt eine ganz andere, wie soll ich das? Einen anderen Vibe. Ja, einen anderen Vibe. Das ist schwierig zu beschreiben, aber es ist schon eine geile Erfahrung, die man einfach macht. Auf jeden Fall, ja. Und man geht dann eben auch durch Scheißzeiten durch. Wenn es mal Kacke ist, irgendwie im Internat. Ja. Irgendwer hat Kacke gebaut. Oder es läuft handballerisch nicht. Oder die Schule läuft nicht. Ja. Aber auch im Gegenteil, wenn irgendwas geil läuft, ist natürlich auch dann schön. Ja, stimmt. Ja, man geht da halt durch dick und dünn. Das ist schon cool. Okay, wen hast du auf Rechtsaußen? Auf Rechtsaußen war ein anderer, einer meiner besten Freunde, Jessin Medep. Ja. Ich spiele zurzeit bei Leutershausen. Kam auch mit Benne, glaube ich, zeitgleich aus dem Internat. Also ein Jahr später als ich. Und ja, wir haben uns auch, obwohl am Anfang hatten wir kleine Startschwierigkeiten. Echt? Ja, stimmt, ja. Echt? Aber das wurde dann mit der Zeit, auch jetzt besucht er mich häufiger mal. Also, und handballerisch. Jeder, der ihn kennt, weiß, glaube ich, was in dem steckt. Also das ist einer der, das ist unfassbar der Typ eigentlich. Ja. Also er ist auch nicht der Trainingsfleißigste, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn du den einmal springen siehst oder auch einfach, wenn du den siehst, du denkst, okay, im Kraftraum, der gibt immer 100 Prozent, aber kann ich so sagen, tut er nicht. Aber der springt wie ein, ey, es ist unfassbar. Ja, echt. Eine Sommerpause, niemand macht was. Jessin sieht immer noch aus, als würde er jeden Tag in den Kraftraum gehen. Ja. Ja, also seine Athletik und auch Talent ist einfach, Alter, also, Jessin ist für mich so das beste Beispiel, dass du auch auf dem Weg irgendwie in die Erste Liga oder sonst irgendwo immer Glück brauchst. Weißt du, ich meine, weil vom Können her, vom Talent her, wenn der ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, Junge, dann spielt der jetzt irgendwo Erste Liga, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Weil, das ist ein Linkshänder, der hat das Spiel verstanden, der hat Athletik, der hat eine unfassbare Keule im Arm, hat halt irgendwie… Gutes 1-1. Gutes, auch ein gutes 1 gegen 1, der hat ja alles, der bringt ja irgendwie alles mit. Natürlich, was du ihm immer vorwerfen kannst, ist, dass er vielleicht ein bisschen impulsiv ist auf dem Feld. Also, ja, ich erinnere mich da an Spiele in Fulingen teilweise. Pierre Freudl, Heidbronn war auch immer sein bester Freund. Genau, das ist natürlich ein Spieler, dem habe ich, wenn ich im Tor gestanden habe oder auch auf der Bank saß, immer angesehen, okay, das ist eine tickende Zeitbombe. Das ist das Einzige, was du ihm so ein bisschen ankreiden kannst, weißt du? Aber sonst mit ein bisschen mehr Glück wird der jetzt auch irgendwo in der ersten Liga spielen. Ist immer so. Ist ja noch Zeit. Hat ja auch noch Zeit, vielleicht kommt es ja noch, aber Jesse, wenn du das hörst, liebe Grüße von uns beiden. Naja, wir halten relativ viel von dir, aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Okay, wen hast du am Kreis? Am Kreis habe ich mich für einen David entschieden, David Riewicz. Dem habe ich früher schon in Bürgel zusammengespielt, ein Jahr, als ich dort war. Und da haben wir jetzt nicht so viel miteinander zu tun gehabt, wir haben uns immer gut verstanden und so. Aber jetzt, dann ist er ja nach Hanau gekommen vor zwei, drei Jahren und es war schon immer so im Training, wusste ich, wenn ich mal keine Lust habe zu werfen, spiele ich halt einen Ball zum David, auf den es verlassen, der holt sich den irgendwie. Und ja, der ist auch immer motiviert im Training, jetzt auch wieder Haufen Tore geworfen in den letzten Spielen so. Für einen Kreisläufer brutal. Ja, Kreisläufer, ich glaube, elf waren es gegen Braunschweig oder so. Ja, ja. Gefühlt alles gemacht. Ja. Und ja, wir verstehen uns auch so supergut, feiner Kerl. Ja, kann ich so unterstreichen, aber für einen Kreisläufer wirft er wirklich unfassbar viele Tore. Ja. Na, also wenn er spielt, offensiv ist er schon eine Macht, ey, das ist schon brutal. Und wo wir es jetzt von Offensivkreisläufern haben, da muss ich dich mal kurz erinnern an das Spiel gegen Miras gegen Konstanz, als wir zu Hause mit den Rhein-Neckar-Löwen gegen Konstanz gespielt haben, da waren die Konstanzer in der dritten Liga, sind aufgestiegen am Ende von dem Jahr. Und da gab es einen Spieler, von dem erzähle ich heute noch, also wenn mich jemand fragen würde, wer ist so dein Endgegner, wer hat der dich am meisten rasiert, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, Fabian Widerstein, der hat damals in Konstanz gespielt und ich glaube, der hat mir 15 Tore vom Kreis reingehauen, das mit Paul Kalic zusammen. Die beiden haben glaube ich 40 Tore in zwei Spielen, die haben uns einfach rasiert. In zwei Spielen haben die uns 40 Tore um die Ohren gehauen, das war verrückt. Die zwei, ich glaube Fabian Widerstein spielt mittlerweile in Bietigheim, in Kalic, keine Ahnung, im Ausland oder so. In der Schweiz spielt er. In der Schweiz, krass. Bei Widerstein, wenn du da hinten dran, also du hast einfach losgelassen. Ja, weil du hast eh verloren. Da hat mich einmal aus dem 9 Meter dann rausgeschmissen, als ich da hinten dran hinkt und da dachte ich mir, okay. Für dritte Liga ist das schon krass gewesen. Das ist eh verrückt, also in der dritten Liga, das ist halt so das Sprungbrett, weißt du? So wir beide, wir spielen jetzt schon seitdem wir 17 sind, eigentlich dritte Liga und wir haben schon gegen, Alter, wenn ich jetzt Bundesliga gucke, so viele, die du kennst, erste und zweite Liga, kennst du fast in jeder Mannschaft eigentlich einen, der irgendwie dir über den Weg gelaufen ist, mit dem du zusammengespielt hast oder sonst irgendwas. Ja, ist schon ziemlich crazy. Okay, aber wir haben jetzt relativ genau fast eine Dreiviertelstunde auch gleich rum. Geht schnell, ne? Ja, ging schneller als gedacht. Ging relativ schnell. Gut, den Trainer von der Top 7 überspringen wir einfach mal. Keine Ahnung warum. Liebe Grüße, Hannes Geist. Ich weiß, du hörst es dir an. Gut, aber sonst, ja genau, in einer Folge hatte ich noch einen Betreuer für die Top 7. Wenn wir den Trainer weglassen, hast du vielleicht einen Betreuer für die Top 7? Peter, der Peter Sabisch. Der Peter schafft's. Wir haben heute auch wieder zum Geburtstag gratuliert. Ja, mir nicht. Freue ich mich immer. Siehst du mal. Freue ich mich immer drüber, Peter, falls du das hörst. Auf den war immer Verlass. Der hat auch schön noch die Thermowäsche von einem gewaschen und alles. Das war schon wirklich Luxus. Peter Sabisch war auch einer, der hat seine schlechte Laune, oder der hat immer getan, als hätte er schlechte Laune. Ja, eigentlich ist er so ein lieber Mensch und hat immer gern gelacht und so. Aber immer, wenn du ihn irgendwie angesprochen hast, war er immer irgendwie erstmal böse. Geh fort. Geh fort. Geh fort. Geh fort. Ja. Peter Sabisch, ja? Ja, den würde ich nehmen auf jeden Fall. Betreuer, alter Betreuer, gibt es auch eigentlich nur Legenden. Wenn ich das überlege. Thomas Geer ist auch eine Legende. Auch einfach eine Legende. Wolfgang Schüster in Großweistadt. Liebe Grüße, Wolfgang. Du bist mein Favorite Betreuer, den ich jemals hatte. Kann ich so sagen. Ja, also gut. Gehen wir mit Peter Sabisch in der Top 7. Okay, aber Luca, dann würde ich sagen, 45 Minuten ist so die perfekte Länge für den Podcast, oder? Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schluss. Das war Folge 27, glaube ich zumindest mittlerweile, von Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Und damit verabschieden wir uns. Genau, wenn die Folge rauskommt, haben wir wahrscheinlich einen Riesenschädel, weil wir von der Insel gerade zurückkommen. Die Malle-Grippe. Die Malle-Grippe wird wahrscheinlich kommen, ja. Die Vorbereitung geht auch bald los. So, das war's. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.